Wie hat es euch denn heute gefallen, die Atmosphäre in Frankfurt? Björn habe ich ja gesehen, hat es genossen. Schmiso, du hast dich ja auch irgendwie da reingelümmelt ins Stadion. Wie hat es dir gefallen? Ja, ich wollte, also eigentlich wäre ich gar nicht da gewesen. Dann habe ich gehört, dass du das Spiel kommentierst. Da habe ich gesagt, dann kann ich es im Fernsehen ja nicht angucken. Dann muss ich irgendwie noch eine Karte kriegen. Nein, er lernt, er lernt. Hast du denn mitbekommen, dass ich in der Übertragung, in der Live-Übertragung über deine Wohnungssituation gesprochen habe? Das muss ich aber mal sagen. Also Busche darfst du mal in der Wohnungssituation, gut, du darfst im Fernsehen alles. Du machst jeden Freitagabend zwei Millionen mit, egal welcher Sendung. Deswegen hast du Narrenfreiheit.